herzlich willkommen im zweiten teil das vegan podcast heute mit sascha bohampang vom digitalen nomaden podcast und in diesem zweiten teil erfährst du wie sascha sich auf reisen im detail ernährt wie er oder welche supplements er vielleicht nutzt und mitnimmt auf die reisen und wie er überhaupt zu diesem sehr sehr digitalen nomaden lifestyle gekommen ist und du wenn du viel auf geschäftsreise bist oder wenn du öfter im urlaub bist oder irgendwo anders essen muss kann es jetzt glaube ich da ganz viel rausziehen ja sascha schön dass du wieder da bist ja schön dass ich wieder da sein darf du hast ja dann erzählt dass du vegan wurdest du hast in diesem start-up gearbeitet und wann ging es dann los dass du viel auf reisen bist dass du den digitalen nomaden podcast dann letztlich eben auch voll zeit gemacht hast und wie hat sich das dann vielleicht in deiner ernährung auch ausgewirkt genau das ganze war dann im oktober 2017 also zum heutigen stand wie lange ist es jetzt her jetzt muss ich gerade mal überlegen also knapp acht monate ist noch gar nicht so lange her und seitdem war ich also komplett aus unabhängig habe also nicht mehr als angestellter gearbeitet und konnte von überall auf der welt aus arbeiten das haben wir dann auch ausgenutzt ich bin jetzt gerade zum beispiel aus bali wieder gekommen vorher war ich in thailand und jetzt bin ich ein bisschen in deutschland bevor es dann wieder so nach portugal geht und ja da ist es natürlich manchmal schwierig sich vegan zu ernähren aber ich möchte gleich auf was hinweisen und zwar wenn man wirklich testen möchte wie das funktioniert mit der veganen ernährung auf reisen dann gehe am besten vielleicht mal in länder wo das halt einfacher ist und ich mir gerade thailand südostasien bestimmte regionen da da gibt es halt einfach teilweise mehr vegane restaurants zum beispiel als nicht vegane restaurants in bali da wo wir gelebt haben da war es halt einfach üblich ich hatte fast nur veganer um mich herum das macht es also viel viel einfacher als wenn ich jetzt in land gehe keine ahnung was sehr sehr fleischlastig ist wie zum beispiel brasilien oder sowas das geht natürlich auch aber es ist halt super easy wenn man sich die umgebung sucht in der man in der man erstmal ja in der es nicht ganz so schwer ist und das macht es dann das macht es dann sehr sehr angenehm weil alle hotspots also du hast bali genannt was noch wo kann man in bali changu oder ubud sind das da so das sind so die bereiche da kann man es auf jeden fall machen dann thailand kopang jan zum beispiel ist auch was das geht richtig richtig gut da so eine kleine insel auf der ist eine sehr sehr bewusste spirituelle community auch teilweise aber da gibt es halt auch dann oft sehr wie viele vegane menschen und da würde ich jedem auch raten erst mal anzufangen das sind länder die sind günstig da kannst du dich günstig gesund ernähren und hast halt sehr sehr viele vegane optionen aber du kannst natürlich auch in jedem anderen landes ausprobieren wird dann halt nur sehr 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 schwierig weil viele länder haben teilweise nicht mal ein wort für vegan also selbst in indonesien gibt es für vegan gar kein indonesisches wort und die einheimischen kennen das nicht das haben quasi die australier da damals mit hingebracht die haben dann zum ersten mal gesagt hey wir ernähren uns vegan und möchten gerne vegane restaurants eröffnen das heißt es ist auf jeden fall in manchen teilen der welt sehr sehr schwierig den menschen in indonesien dann anders sind die sehr sehr fleisch oder fischlastig dann habe ich jetzt so das gefühl nicht viel anders wie thailand ist genau die sind sehr sehr fleisch und fischlastig also die essen sehr gerne hähnchen und die essen sehr gerne schwein zum beispiel und auch und auch fisch und die können das also nicht wirklich nachvollziehen wenn man dann sagt ich bin vegan das ist für diese immer noch sehr sehr merkwürdig auch wenn sie sich langsam daran gewöhnen dadurch dass viele touristen dann einfach die vegane ernährung damit hinbringen also ubud ist ja quasi so ein typischer nomaden hotspot sag ich mal und da findest du in den cafés das ist ja getreidemilch ist standard und da ist ja schon fast unnormal wenn du dann quasi nicht vegan bist habe ich mir sagen lassen ja ist tatsächlich so also ich habe auch fast nur vegane restaurants dort gesehen oder wir waren in shangu das ist genau dasselbe spiel es gibt zumindest immer vegane optionen und jeder versteht auch sofort wenn du sagst okay ich hätte das ganze gerne vegan was in thailand zum beispiel gar nicht immer der fall ist also kubanian da geht es aber wir waren auch in bangkok in einem teil der nicht so touristisch besiedelt war und da war es dann zum beispiel schwer da gab es auch irgendwann keine keine römischen schriftzeichen mehr da hattest du auf einmal nur noch diese asiatische schriftzeichen da dann zu erklären vegan das war schon eine challenge aber es funktioniert also man setzt sich dadurch natürlich auch ein bisschen mit den leuten auseinander man kommt ins gespräch man nimmt vielleicht mal das gemüse in die hand sagt hier das bitte das nicht und das ist eigentlich die leute sind mega offen ich habe da bisher noch nie erlebt dass man dem gegenüber sehr ablehnt auftritt also es war immer sehr sehr nett super also das ist natürlich ein mega tipp wenn du dir überlegst vegan zu werden check mal in bali ein check mal in kubanian ein das heißt da hast du dann automatisch auch das umfeld die wird es nicht schwer fallen weil es gibt auch den schönen spruch der rahmen ist wichtiger wie der inhalt sprich wenn der rahmen das umfeld genau das prägt was du ja letztlich auch haben möchtest und du dann merkst hey okay das ist überhaupt kein verzicht das ist das ist einfach nur genuss es geht auch alles anders und schmeckt vielleicht noch viel viel besser dann fällt es dir eben mega einfach also super tipp hier was machst du denn jetzt sag ich mal wenn du weißt du gehst irgendwo hin wo die auswahl nicht so groß ist hast hast du beispielsweise so wie ich immer athletic greens mit im beutel sozusagen dass du auch weißt dass du immer deine deine nährstoffe mit 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 abdeckst oder ist es bei dir da verlässt du dich 100 prozent auf dein gefühl genau also ich glaube dass ich da noch nicht noch nicht ganz so weit bin wahrscheinlich wie du jetzt in dem fall aber ich habe auch gemerkt okay sich dinge mitzunehmen macht auf jeden fall sinn und ich habe irgendwo ich glaube ich weiß gar nicht wo das war beim bei peta also die vegane ernährungspyramide mir irgendwann mal angeschaut und mal so nachgeschaut okay was sind denn die dinge die ich brauche und in wie viel prozent wovon und dann versuche ich schon einigermaßen darauf zu achten dass ich da dann die nährstoffe auch so verteile und ja nimm dann teilweise tupperware oder ähnliches mit und versucht dann das einfach irgendwie mit mitzunehmen das geht ja auch im flugzeug zum beispiel super gut weil das ist überhaupt kein problem ich reise ja nur mit handgepäck aber trotzdem kannst du dir dein essen auch da mitnehmen was ich immer dabei habe sind nüsse also so tatsächlich das studentenfutter als universal universelles hilfsmittel das funktioniert immer gut und dann ein bisschen obst bisschen greens das funktioniert also wo ein will ist es auch ein weg sage ich mal und vor ort wenn du dann irgendwo in einem land ankommst dann mal einfach mal schauen okay was sind denn hier die regionalen früchte was ist das regionale gemüse und dazu schauen wie kann man das verarbeiten weil das ist natürlich auch total spannend dadurch lernst du auch kennen okay womit kochen denn die einheimischen hier und dann kannst du oft auch ganz neue dinge ausführen ich habe zum beispiel tempeh kennengelernt das kannte ich vorher gar nicht ich wusste nicht was tempeh ist gut dass es jetzt sind fermentierte sojabohnen jetzt weiß ich aber auf jeden fall haben in indonesian alle mit tempeh ganz viel gemacht und seitdem habe ich dann gesagt okay dann will ich das auch mal ein bisschen ausprobieren es ist dann total total schön einfach mal zu gucken wie kann ich das in meine ernährung mit einbauen tempeh das indonesische gold wie es auch genannt wird hatten wir auch schon zwei episoden davon verlinke ich gerne mal in die show notes denn das ist natürlich noch mal diese fermentierte sojabohnen noch mal viel wertvoller noch mal viel nährstoffreicher wie das eigentliche soja übrigens werden da auch ganz viele der phytoöstrogene abgebaut wo wir männer immer angst haben dass uns dann davon brüste wachsen und das schmeckt noch mega lecker also vielleicht dass du kannst kannst du das bestätigen dass wenn es so leicht angebraten ist gut gewürzt ist es ein traum das ist wirklich ja es wirklich traum ich habe selten sowas leckeres gegessen aber noch mal zu den phytoöstrogen das wusste ich gar nicht also ist es wirklich so dass jetzt soja die männerbrust begünstigt dann nein also ich denke das ist ein mythos soja hat einen erhöhten anteil an phytoöstrogenen die aber sehr sehr oft auch abgebaut werden also beispielsweise wenn du dir im supermarkt soja joghurt auch kauft dann ist es meistens auch schon fermentiert durch diesen fermentierungsprozess werden dann diese diese hormone dann auch teilweise abgebaut und umgewandelt und so weiter und ich meine du müsstest schon sehr sehr viel davon essen dass dann das einen kritischen wert erreicht also ich bin jetzt nicht hundert prozent der soja freak na also ich du weißt ja ich habe das buch vegan kochen mit lupine geschrieben und lupine ist quasi ein soja ersatz ein aus meiner sicht noch viel besseres produkt trotzdem kann ich da denke ich die leute beruhigen wenn du jetzt mal dein dein kaffee mit soja milch trinkst oder soja joghurt erst dass dir nicht gleich die brüste wachsen na ein glück aber auch ja vor allem wenn man überlegt wenn man vorher fleischesser war oder ähnliches was man dort an hormonen aufgenommen hat ja das ist ja ich glaube da von was reden wir da ja da wächst dein bauch halt hauptsächlich ne genau da wächst dein schlechtes fett weil letztlich die giftstoffe die müssen ja tatsächlich irgendwo hin und die werden dann meistens ins fett abgelagert und das ist dann quasi wie so ein sondermüll den kriegst du nicht mehr so einfach los sind dann auch die fettgewebe die du dann durch hartes trainieren nicht mehr so einfach weg bekommst von daher da lieber mal aufpassen da so ein bisschen achtest du doch dass du deinen körper so entgift ist also nimmt nimmst du beispielsweise chlorella oder brauchst du nicht überhaupt keine supplements oder irgendwas sondern versucht sich immer frisch regional selbst zuzubereitet zu ernähren genau also ich versuche mich frisch und regional selbstzubereitet zu ernähren ich nehme noch b12 tatsächlich das supplementiere ich und im winter versuche ich vitamin d noch zu supplementieren ansonsten versuche ich alles relativ natürlich zu zu führen weil ich halt einfach denke okay ich die natur hat all das schon und ich wüsste halt auch dass ich sonst in so ein supplement waren geraten würde vermutlich und dann auch wieder alles vergleiche und denke aber was könnte man hier noch machen und ich habe mich schon damit beschäftigt auch mit der sangro meeres chorale chlorella spirulina also ist nicht so dass ich davon noch nichts gehört hätte aber ich denke halt auch okay ich versuche es einfach mal mit den dingen die hier wirklich um mich herum frisch wachsen und die natur wird mir das ganze schon schon geben ja super also das ist ein super stichwort dass natürlich wohl die natur auch so intelligent ist dass sie uns genau die dinge vor die haustür setzt die wir auch letztlich brauchen also es hat wohl unser großvater schon gewusst dass er er die die sachen aus dem garten holt und dass die diese nährstoff zusammensetzung haben die wir individuell für uns tatsächlich brauchen es ist total spannend ich habe sogar stories gehört dass die teilweise ja in ihren garten uriniert haben so dass die dass die pflanzen so wachsen weil die pflanzen dann intelligent sind und schauen was braucht der wird sozusagen an nährstoffen und bringen die dann mit rein also inwieweit das natürlich wahrheitsgehalt hat sei mal dahingestellt fakt ist das natürlich wenn du einfach in andere länder gehst jetzt wie beispielsweise thailand und so weiter und die essen halt total viel obst ja wie jackfruit wie diese ganzen süßen früchte und wir essen die dann hier dann dann sind die für unser umfeld für unsere umgebung und in dem setting wo wir jetzt sind vielleicht gar nicht so gut geeignet das heißt wir nehmen dafür viel zu viel zucker auf für unser umfeld wobei es dort in diesen südlichen ländern einfach normaler ist und die das eben mehr brauchen beispielsweise also das heißt auch dieses importierte frucht dieses importierte gemüse weil wir immer denken wir müssen immer alles haben ist so gut gar nicht und deshalb finde ich das klasse dass du das regional und saisonal eben machst weil es meistens genau die nährstoffe hat die wir in dem moment brauchen ja die natur sicher angepasst auch an die klimabedingungen zum beispiel und so haben wir uns ja auch angepasst das heißt unser körper ist es wie du sagtest schon gewohnt und wir haben glaube ich alles einfach hier und sich dazu bedienen das macht auch sinn also ich denke global zu denken ist gut aber lokal zu essen und lokal zu handeln ist dann auch sehr sehr gut jetzt bist du ja in hamburg wie wie ist du jetzt hier lokal also wenn du mal so ein tag mal so im abriss siehst was was kommt da auf den teller und mit was fühlst du dich wohl genau also ich habe mein frühstück zum beispiel heute jetzt überlege ich gerade ob das eigentlich so lokal war aber ich habe angefangen mit haferflocken dazu gab es heidelbeeren erdbeere sonnenblumenkerne und dann habe ich dann noch erdnussmus genau dazu gehabt und das ganze dann mit einer kokosmilch die ist natürlich nicht ganz so lokal aber genau ansonsten ich versuche es schon ich versuche schon lokal zu essen war gerade auch weil wir viele schöne märkte hier haben und da kann man dann echt tolle dinge einkaufen aber klar ich mag auch natürlich mag ich auch südfrüchte zum beispiel und ich liebe auch kokosmilch das damit also davon habe ich mich ja quasi auch dann ernährt in südostasien das ist also einfach super genau also das ist das wäre so jetzt mein frühstück und ansonsten haben wir in hamburg auch relativ viele vegane restaurants inzwischen und ich liebe es einfach essen zu gehen christian ich weiß nicht ob du das ob es dir ähnlich geht aber wir haben hier halt eine riesen auswahl ich habe diese happy cow app die alle veganen und vegetarischen restaurants anzeigt und damit hier durch die stadt zu gehen und sich mal durchzuprobieren ist einfach ein traum und gerade als digitaler nomade da geht man halt gerne essen weil man immer irgendwie man ist es arbeitet ja auch viel unterwegs und dann geht man hier mal mit irgendjemandem noch ins café oder ins restaurant und ja genau deswegen ich koche gar nicht mehr so viel sondern bin sehr sehr viel in restaurants aber versucht da einigermaßen unverarbeitet zu essen also das ist mir eigentlich das ist relativ wichtig zu überlegen okay ist das ganze jetzt verarbeitet worden oder ist es hätte man es so pflücken können und wurde es so zusammengestellt wie zum beispiel bowls einfach wo man einfach das und das ist halt mega ist mega und wenn du jetzt du hast du aus asien erwähnt wenn du dann dort bist da ist es ja wirklich standard dass du dir überall was holst an der straße oder ins restaurant essen gehst hast du dann auch so ein rhythmus dass du dreimal am tag ist oder ist du da sehr viel so zwischendrin immer mal hier eine kokosmilch da was wie ist es da also ich habe bestimmt drei vier kokosnüsse am tag getrunken und dann war ich tatsächlich ich glaube so dreimal am tag essen also es ist wirklich so dass ich das ganz gerne mag also ich liebe das frühstück ich liebe es mittag zu essen und abend zu essen am besten immer zu den gleichen zeiten ich weiß gar nicht ob das so optimal ist aber ich merke halt einfach für mich und für meinen körper fühlt sich das soweit gut an und ich esse dann aber auch wenn ich hunger habe und wenn ich keinen hunger habe dann lasse ich auch mal eine mahlzeit aus aber generell reichen mir meistens die drei mahlzeiten ich habe früher immer sehr viel zwischendrin gegessen und habe dann mir hier mal eine tüte chips geholt oder hier mal irgendwie eine schokolade und das heute mache ich das eher so dass ich wenn dann zwischendurch meinen apfel esse zum beispiel und das das ist dann wirklich was was mir hilft und versuche nicht die ganze zeit am essen zu sein und versuche nicht nebenbei zu essen das ist der größte fehler den ich glaube ich immer gemacht habe so am computer gesessen dabei irgendwie noch schnell nebenbei ein snack ein fertigen snack gegessen und das versuche ich mir wirklich abzugewöhnen ja hast du das wie schaffst du das dir das abzugewöhnen ich denke das geht da vielen so ja achtsamkeit das heißt also ich trainiere achtsam zu sein indem ich viel meditiere das war für mich auf jeden fall sehr sehr wichtig und zu merken okay es sich jetzt einfach nur weil ich gerade unbewusst bin und ich merke gar nicht so richtig dass ich mir jetzt nahrung zuführe oder es sich jetzt wirklich bewusst weil ich essen möchte weil ich mir nahrung zuführen möchte und sich da klar zu machen in dem moment in dem man so nebenbei ist okay das ist jetzt nicht achtsames essen ich esse jetzt gar nicht weil ich möchte sondern weil es wie so ein unterbewusstes programm ist was gerade abgespielt wird und dann sagen sich bewusst auch dagegen zu entscheiden das hat sehr sehr viel mit achtsamkeitstraining zu tun meiner meinung nach nur so sieht man halt auch mal wie oft man unbewusst zu dingen greift jetzt mal vielleicht noch ganz kurz wenn du nicht in solchen vegan freundlichen ländern bist oder städten bist wie hamburg wir haben uns ja jetzt auf der dnx auch wieder getroffen wenn du so einen tag mal hast wie wie gehst du da vor also du bist den ganzen tag über unterwegs du hast jetzt nicht die zeit die und es gibt unterwegs nicht so wie in thailand jetzt da mal eine suppe und jemand kokos curry wie wie ernährst du dich da auf was achtest du da oder gibt es so standard lebensmittel auf die du immer zurückgreifst wenn du weißt okay da ist nichts anderes da ja also ich sagte bereits die dass das studentenfutter hilft mir tatsächlich sehr sehr gut um den hunger zu überbrücken ansonsten finde ich greens immer gut also was immer geht ist sowas wie feldsalat finde ich super oder spinat so das sind so dinge die mag ich total gerne und dann versuche ich mit nüsse hülsenfrüchte da relativ viel darüber so mein auch kohlenhydrate mein kohlenhydrate bedarf über hülsenfrüchte zum beispiel abzudecken so dass ich immer satt werde ich habe nämlich das problem dass ich sehr sehr ich brauche sehr sehr viel essen gefühlt immer um satt zu werden habe ich das gefühl als veganer hat sich das verändert vorher war es so ich war relativ schnell sagt habe ich fleisch gegessen war satt und jetzt auf einmal kann ich so viel essen und wird dabei auch noch schlank und da muss ich halt schon darauf achten dass ich einigermaßen meine kohlenhydrate zufuhr habe aber es funktioniert halt aber ich glaube der wichtigste schritt ist ich mache mir darüber nicht so viele gedanken sondern ich überlege okay wenn ich jetzt irgendwo bin es gibt immer eine vegane möglichkeit also ich war noch nie in einer situation wo es keine vegane option gab und dann muss man sich halt reduzieren dann kann man halt nicht immer das große mittagessen essen sondern muss man halt einfach mal schauen okay was sind die ressourcen die ich hier habe was davon gefällt mir und das dann zusammenzustellen zu einer mahlzeit die mir einfach gefällt ja korrekt ja so so würde ich sagen mache ich das auch und da habe immer mein broccolier natürlich noch dabei gut er ist ein bisschen sperrig aber der hilft mir dann immer meine queens auf jeden fall rein zu bekommen neben athletic queens sind da so ganz kleine packets und die haben zwölf portion obst und gemüse mit drin alles fast bio in neuseeland geerntet das ist athletic greens heißt das athletic greens genau okay also verlinke ich mal gerne in den show notes ist ist mega nämlich seit vier jahren und vor allem ist das ein zeug was ganz gut schmeckt du kennst ja diese normalen super green pulver und ja 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 die sind ja völlig schwierig runter zu bekommen und das schmeckt also du tust es in in wasser rein und du hast dann wie eine limo und das schmeckt einfach fantastisch nach ananas nach frischen früchten und hast halt trotzdem diese ganzen algen mit drin du hast broccolier extrakt mit drin du hast alle greens mit drin die dir vorstellen kannst und das ist natürlich für mein gewissen dann auch immer richtig richtig gut zu sagen okay jetzt habe ich heute nicht die optimale ernährung für mich habe aber trotzdem meine mikronährstoffe drin vitamine spurenelemente enzyme auch als das sind probiotika mit drin das heißt da auch meine darmbakterien werden dann wiederum animiert und optimiert sozusagen das ist natürlich cool also das ist so mein mein geheimtipp wenn du viel auf reisen bis liebe zuhörerinnen lieber zuhörer check das mal aus wir hatten sie auch letzte woche in den episoden mit drin ja vielleicht zum ende du siehst ja wirklich auch fit und trainiert aus was machst du für einen sport und wie schaffst du es dann auch unterwegs sport zu machen oder lässt du normal fünf gerade sein genau also ich habe dann das war vielleicht auch noch ein wichtiger schritt um die vegane ernährung richtig genießen zu können ich habe dann auch gesagt wenn ich meine ernährung umstelle dann will ich die neu gewonnene energie nutzen und ich bin dann ganz viel laufen gegangen und ich habe halt gemerkt okay ganz am anfang als ich angefangen habe zu laufen ich glaube ich konnte gerade mal so 1,6 kilometer joggen dann bin ich fast zusammengebrochen weil ich dachte oh mein gott ich schaff's ich schaff's nicht weiter vorher geraucht ungesund ernährt ich hatte halt keine energie und keine kondition und habe dann aber gemerkt wow ich konnte relativ schnell konditionen aufbauen und hier in hamburg haben wir ein kleines flüsschen wir haben die alster die binnen alster wenn man da einmal rum rennt das sind glaube ich 7,9 kilometer und dann habe ich gedacht okay wenn ich das mal schaffen könnte das heißt ich habe mir ein klares ziel gemacht ich will da einmal rumlaufen können ich will diese neue energie dafür nutzen das habe ich dann nach ein paar wochen geschafft da habe ich irgendwann der ehrgeiz gepackt habe ich gesagt ich will zweimal rumlaufen können das sind dann ja knapp fast 16 kilometer die man läuft und das habe ich dann alle zwei drei tage gemacht und ich habe was neues entdeckt das ist vielleicht auch ganz spannend das nennt sich urban sports club ich weiß nicht ob du das kennst da hast du quasi in allen großstädten in deutschland eine mitgliedschaft in großen sportclubs du zahlst also monatlichen beitrag kannst jeden monat kündigen und kannst dann aus einer großen auswahl an sportclubs einfach auswählen was du machst und da habe ich hier ems training gemacht das ist so mit stromschlägen du kriegst eine weste an wirst unter strom gesetzt und machst dabei so 20 minuten übungen das ist aber hochintensiv und das hat mir sehr sehr viel gebracht um halt auch mit wenig zeit maximale ergebnisse zu bekommen und da habe ich gemerkt okay meine rückenschmerzen werden besser die haltung wird wieder besser und dazu noch cardio training also das laufen und das waren so die sportsachen wo ich gesagt habe okay das kann ich auch in mein leben einbauen denn ich bin sehr sehr viel beschäftigt hatte immer die ausrede ich habe keine zeit aber ich bin auf jeden fall da so habe da damit jetzt endlich die möglichkeit gefunden zu sagen okay ich kann jetzt auch in jeder stadt diese sportart machen das heißt wenn ich jetzt zum beispiel nach berlin kommen gilt diese mitgliedschaft auch dort und ich kann dort in sportclubs kann dort klettern gehen oder sonst irgendwas das war auch ein game changer auf jeden fall ja super super tipp verlinken wir in die show notes sehr sehr gerne und da das kannst du natürlich dann eben gut ems training vielleicht nicht aber die anderen sachen die du genannt hast kannst du dann wirklich von überall ausmachen vor allem joggen das ist natürlich so der burner wo du auch den ganzen körper bewegst ich bin jetzt kein fan davon jetzt immer nur joggen zu gehen ich denke schon auch wie du es machst du brauchst auch mal eine kraft komponente sonst da baut der körper zu stark ab und ist auch nicht für die gelenke gut also da so ein gutes guten ausgleich gutes mittelmaß zu finden bodyweight training wie freeletics und so weiter die eben auch dann schon kraft und ausdauer fördern machen da auch sinn also da immer so ein bisschen darauf achten je nachdem was du natürlich auch für ein körpertyp bist da gibt es auch eine tolle app die nike trainings app die ist auch kostenlos von von der firma nike da sind auch viele bodyweight exercises da kannst du trainingspläne zusammenstellen das habe ich auf reisen auch benutzt das habe ich dann zuletzt auf bali immer gemacht einfach mein handy genommen da das ganze gestartet und dann einfach mitgemacht das war auch super das heißt es gibt eigentlich auch keine keine richtigen ausreden dann weil du weil du inzwischen dein fitnessstudio einfach irgendwie als smartphone in der tasche dabei haben kannst du bist ja jetzt viel unterwegs digital nomaden podcast hast du eben auch gesagt du bist sehr 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 stark beschäftigt sitzt vielleicht auch ab und zu am rechner und so weiter das ist dir dann schon auch wichtig dass du da den ausgleich hast mit der bewegung oder merkst du das dass es dir auch gut tut und energie zurück gibt dann absolut also ich glaube das ist das wichtigste überhaupt und ich bin da gar nicht das vorzeigebeispiel weil aktuell zum beispiel jetzt bin ich leider ein bisschen erkältet da merke ich dadurch dass ich erkältet bin und nicht mehr so viel sport machen kann wie schlecht es mir tut wirklich zu sitzen also sitzen ist wirklich gift nicht versuche schon jede stunde zumindest auch oder jede halbe stunde teilweise auch mal im stehen zu arbeiten also ich auch mal wirklichen standing desk zu bauen aus ein paar kartons oder ich stelle meinen stuhl auf den tisch aber dem ich jetzt wo ich mein rechner gerade stehen habe und dann mein rechner darauf dass ich mal stehe mal wieder sitze um halt auch regelmäßig die position zu wechseln und auch wirklich ganz klar in so einheiten so pomodoros zu arbeiten das ist die pomodoro technik weiß nicht ob du kennst das sind so 25 minuten konzentrierte arbeit dann fünf minuten pause zu machen und da auch wirklich den rechner zuzuklappen dann gehe ich spazieren oder meditiere oder mache so ein paar übungen einfach um halt auch regelmäßig dem körper wieder eine auszeit zu können und das war war auch noch mal wichtig um um relativ fit und klar zu bleiben ja kann ich absolut bestätigen alle 25 minuten mal aufzustehen fünf minuten mindestens fünf minuten was anderes zu machen körper bewegen und standing desk absolut wichtig also hier nochmal die verlinkung zum podcast übersitzen ist das neue rauchen das buch vorgestellt haben auch da kannst du gerne in den show notes diese episode noch mal hören liebe zuhörerinnen liebe zuhörer das hat es eben sehr sehr gut bestätigt dass es eben auch so ist ja was sind bei euch die nächsten pläne und wie kann der die zuhörerinnen der zuhörer mit dir in kontakt kommen also unsere nächsten pläne sind dass wir immer mehr menschen jetzt noch weiter inspirieren wollen aus dem arbeits und bildungssystem auszusteigen wenn sie das wollen also jeder der unglücklich ist in job studium oder ausbildung und schon so innerlich gekündigt hat man sagt 70 prozent der deutsch haben innerlich gekündigt diesen menschen einfach alternativen aufzuzeigen und zu sagen hey du musst nicht in diesem job bleiben wenn du unglücklich bist oder in dieser beruflichen situation und dafür bieten wir jetzt events und reisen an die nächste reise die wir machen nennt sich die digital nummern podcast klassenfahrt das machen wir auf hallig hoge einer ungeschützten nordseeinsel wo nur einmal am tag ein schiff hinkommt die insel kannst du in drei stunden zu fuß umrunden wir sind schon fast 30 teilnehmer die einfach eine woche gemeinsam daran arbeiten an ihren projekten und ja einfach auch das mindset zu entwickeln freier und selbstbestimmter zu werden da machen wir workshops und genau das ist jetzt das nächste was bei uns ansteht das geht im juni jetzt los das heißt da sind wir dann eine woche auf reisen dann bieten wir im september in lissabon auch sowas an da ist wieder die dnx die digitale nomaden konferenz die internationale edition da veranstalten wir auch immer eine reise drumherum wo wir auch uns wieder mit leuten zusammenschließen und gemeinsam halt an den projekten und an der zukunft von den menschen arbeiten und das ist auch so das aktuell was bei uns im fokus steht wir haben gemerkt wir lieben es einfach mit den menschen in kontakt zu treten und gar nicht nur digital unterwegs zu sein sondern die wahre veränderung findet halt offline von mensch zu mensch statt und jeder der lust hat sich da mal so ein bisschen vielleicht zu informieren der unglücklich ist in seiner aktuellen lebenssituation kann gerne einfach mal digitale nomaden podcast googeln und oder in die show notes dieser episode gucken und dann einfach mal reinhören sich inspirieren lassen wir haben fast ja wir haben über 200 folgen mit sehr sehr inspirierenden menschen du warst auch dabei christian und da kann man einfach mal schauen wie das leben so sein kann wenn man nicht dem konventionellen weg folgt sondern einfach mal ausbricht und sich selbst verwirklicht ja mega mega spannend kann ich absolut empfehlen nicht weil ich selber dabei war sondern weil ich regelmäßig auch euren podcast da höre und euch natürlich auch ständig auf konferenzen treffe ihr lebt das was ihr sprecht ihr seid absolut authentisch und du hast ja noch einen partner den timo glaube ich genau übrigens der timo hat heute geburtstag timo alles gute zum geburtstag also wenn ihr die episode hört hatte der timo geburtstag in diesem falle trotzdem alles alles liebe nachträglich wie alt ist timo geworden timo 27 geworden also absolut jung und du mit 30 jahren hast ja eben auch schon einiges erlebt sprich wir sprechen hier nicht mit irgendwie 15 jährigen die meinen sie hätten die weißheit mit löffeln gefressen also von daher schließt euch dem digitalen nomaden lifestyle an in dem maße wie es euch gefällt wie es euch befriedigt und ich denke da könnt ihr ganz viel inspiration holen im digitalen nomaden podcast wie ihr da hinkommt verliegt ihr natürlich eben auch in den show notes sascha ich weiß du bist sehr viel beschäftigt ich danke dir daher vielen vielen großen dank für deine tolle zeit es waren sehr sehr viele schöne hacks dabei die app mit happy cow und ganz ganz viele andere dinge schön dass du auch mit dabei bist in unserer veganen community und die mission mit lebst mindestens eine million menschen gesünder und fitter zu machen und ja fitte und gesunde menschen auf unserem grünen planeten zu haben danke dir dankeschön es macht mich mega stolz dass ich hier sein durfte und das hätte ich damals noch nicht gedacht und für mich hat die vegane ernährung alles verändert kann man nicht anders sagen und deswegen ja wünsche ich mir dass viele das mal einfach mal ausprobieren und dann selber erleben was das bedeutet stark in diesem sinne liebe zuhörerinnen liebe zuhörer ich sag auch heute wieder stay healthy stay vegan eat your broccoli und ja freue mich wenn du diese episode teilst mit jemandem der vielleicht viel auf reisen ist der sich interessiert für einen digitalen nomaden lifestyle und der kurz davor ist auch vegan zu werden alles alles liebe euer sascha und der christian ja Vielen Dank.